Fesseln der Unvergänglichkeit Endlich! Zum ersten Mal darf Ayana in New York als Solotänzerin auftreten. Doch der Auftritt läuft nicht wie erwartet. Bei einem mysteriösen Unfall kommt sie beinahe ums Leben. Wer ist ihr geheimnisvoller Retter? Leonardo Visconti. Warum fühlt sie sich unaufhaltsam zu dem attraktiven Mann hingezogen? Als Ayana erfährt, dass Leonardo ein Vampir ist, der einer stolzen Königsfamilie angehört, ist es zu spät. Sie hat sich bereits unsterblich in ihn verliebt. Sie hat ihren Seelengefährten gefunden. Gemeinsam trotzen sie jeder Gefahr. Aber können sie dem vorherbestimmten Schicksal entkommen? Eigentlich ketten Ayanas mystische Fesseln sie für die Ewigkeit an jemand anderen. Fesseln der Unvergänglichkeit Ab Juli 2013 im Buchshaus Verlag als Taschenbuch, E-Book und Lese-App. Ab Juli 2013 im Buchshaus Verlag als Taschenbuch, E-Book-Pass. Vielen Dank.